Du arbeitest in der Kita oder Krippe? Dann weißt du genau, dass Kinder Musik lieben und brauchen. Mit den Heften Musik in der Kita liefern wir dir viele musikalische Anregungen für deinen Kita-Alltag, für besondere Anlässe und Jahreszeiten. Selbst wenn du kein Instrument spielst, werden die Kinder von diesen Ideen begeistert sein. Teste jetzt Musik in der Kita!